Musik Was für ein Wetterchen! Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und übers Wochenende ist es sogar so warm geworden, dass ich jetzt hier im T-Shirt stehen kann. Was man bei diesem tollen Wetter alles in Münster machen kann, das wollen wir jetzt einmal herausfinden. Was ist dein Geheimtipp für einen perfekten Sonnentag in Münster? Mein Geheimtipp? Einfach lange schlafen und sich von der Sonne wecken lassen und dann den ganzen Tag am Ahrsee in der Sonne liegen und braun werden und abends vielleicht noch ein bisschen grillen. Erstmal muss ich mich ärgern, dass ich heute Morgen mir zu warme Klamotten angezogen habe, aber jetzt werde ich das Beste draus machen und mich nachher mit einem schönen Rad dann noch auf die Terrasse setzen. Mein Geheimtipp ist eigentlich am Kanal sitzen und mit Freunden Spaß haben, vielleicht noch grillen und chillen. Ich kann sagen, was ich gerade mache. Ich sitze am Kanal und lese. Und ja, weiter ist nichts geplant. Das Buch ist noch lang. Am besten kann man eigentlich Sport machen an so einem Tag, irgendwie eine Runde draußen klettern gehen, eine Runde laufen, ein bisschen Kampfsport im Park. Was will man mehr? Das waren doch wirklich mal ein paar coole Tipps, wie man einen schönen Sonnentag in Münster verbringen kann. Wie gut, dass wir jetzt hier gerade am Kanal sind. Wir werden jetzt erstmal noch eine Runde grillen und chillen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.